Hallo Leute, ich bin's wieder, euer MasterSamsay. Yo, was geht ab? Und heute geht's um, ich will euch wieder motivieren und ja, nach dem Intro geht's wieder los. Hey, da bin ich wieder, euer MasterSamsay. Yo, was geht ab? Und heute rede ich und motiviere ich euch über das Thema, lebt dein Leben so wie es dir passt. Und du musst wissen, was für dich am besten ist, egal was anderes sagen. Und ich will euch motivieren halt. Es ist euer Leben und ich will euch was weitergeben. Also, das, was ihr macht, das macht ihr einfach. Und so, ja, ich will euch motivieren. Und ja, es ist halt so, wenn du das magst, magst du das halt. Und ja, lebe einfach dein Leben und egal was anderes sagen, lebe einfach dein Leben. Und wenn das so passt für dich, dann passt das für dich. Egal was sagen, ähm, dann, ja. Und, ja. Also, das ist schon, du musst wissen, wie du dein Leben meisterst. Und das ist dein Leben, wie du das meisterst. Ist dein Leben nicht meins, sondern dein eigenes Leben. Egal was du bist, egal wie du das machst, mach es einfach. Und lebe dein Leben, wie es für dich passt. Und ja, dann wirst du auch glücklicher und motivierter. Und dann, dann wirst du es auch erreichen. Und lebe einfach dein Leben, wie es für dich passt. Und du musst für dich wissen, was für dich am besten ist. Und ich mach auch mein Ding, weil es mir Spaß macht mit YouTube. Und ich mach meine Sachen, weil es mir Spaß macht, Videos zu produzieren und zu bearbeiten und zu machen. Und ja, ich zieh das Ding durch. Und ja, ich will auch Preis mal gewinnen. Und ja, YouTube Playbutton auch. Und also, für dich ist es dein Leben, bist du's meisterst. Hast du's in der Hand? Man sagt ja auch angeblich, Gottes, du bist ein eigener Gottesschmied. Das heißt zum Beispiel, wenn du das machst, bist du bereit, das zu leisten, was für dich passt. Und ja, wenn du das machst, dann ist das auch gut. Und ja, das ist auch gut so, wie du's machst, machst du's einfach. Und egal was sagen, lebe dein Leben. Und es ist dein Leben, deine Zukunft. Es ist für dich am besten, was du machst. Und wie du's machst, machst du es für dich. Nicht für mich. Nicht für mich, sondern für dich selber. Und nicht für die anderen, machst du's. Sondern für dich. Und wenn du das machst, ja, dann machst du's halt einfach. Egal was anderes sagen, ich mach auch mein Ding. Egal was anderes sagen, ich mach mein Ding und zieh mein Ding durch. Und dann wird das schon gut werden. Und ja. Ja. Entschuldigung. Äh. Ja. Das wollte ich euch sagen. Es ist euer Leben. Lebt's euer Leben, wie es für euch passt. Und ich leb mein Leben, wie es für mich passt am besten. Immer das Beste aus sich rausholen, was man kann. Das mach ich auch. Und ich hoffe, es hat euch gefallen. Danke fürs Zuschauen. Danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, ich konnte euch helfen. Ähm, ja. Lebt dein Leben. Ich leb mein Leben. Jeder lebt sein Leben. Und, ja. Dann wird, dann wird man schon das Ergebnis sehen, was man draus macht. Also dann bis zum nächsten Mal. Euer Master Zensum. Dann bis zum nächsten Mal. Und Und lebt dein Leben. Und ich leb mein Leben. Und ich mach YouTube gerne. Und, ja. Lebt dein Leben. Und dann bis zum nächsten Mal. Euer Master Zensum. Master Zensum. Tschüss. Habts noch schönen Tag. Und, ja. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.